Endlich konnte Paula in Ruhe ein Buch lesen. Das Lesen machte ihr großen Spaß. Hä? Warum ist Lesen hier großgeschrieben? Das ist doch ein Verb und kein Substantiv, oder? Schauen wir uns die beiden Sätze mal genauer an. Endlich konnte Paula in Ruhe ein Buch lesen. Das Lesen machte ihr großen Spaß. Das Lesen im ersten Satz klein, aber im zweiten Satz großgeschrieben wird, das liegt an der sogenannten Substantivierung. In meiner Freizeit wird gelegentlich substantiviert. Klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Na gut, eigentlich schreibe ich nur gelegentlich ein paar Wörter groß, die sonst klein geschrieben werden. In Substantivierung steckt das Wort Substantiv. Ein Substantiv ist ein Nomen, beziehungsweise ein Haupt- oder Gegenstandswort. Für Substantive gilt eine einfache Regel. Sie werden immer großgeschrieben. Bei der Substantivierung werden Wörter, die eigentlich keine Substantive sind, zu Substantiven gemacht. Sie werden umgeformt, substantiviert. Das funktioniert zum Beispiel mit Verben. Verben sind Tu-Wörter, also Wörter, bei denen etwas getan wird. Und Lesen ist so ein Verb. Im Satz, das Lesen machte ihr großen Spaß, ist das Verb auf einmal ein Substantiv. Aber jetzt nochmal ganz von vorne. Im Gegensatz zu Substantiven werden Verben klein geschrieben, wie in unserem ersten Beispiel. Endlich kann ich mal wieder in Ruhe ein Buch lesen. Lesen wird in diesem Satz als Verb gebraucht. Was tue ich? Ich lese ein Buch. Im zweiten Satz wird das Verb Lesen substantiviert. Das heißt, umgeformt zu einem Substantiv. Es muss also großgeschrieben werden. Das Lesen machte ihr großen Spaß. Wie ihr sehen könnt, steht vor dem Wort Lesen der bestimmte Artikel das. Der, die, das. Die Merkregel lautet, steht vor einem Verb. Ein Artikel wird es zum Substantiv und somit großgeschrieben. Also kein Problem, oder? Oder doch? Das Problem ist, Artikel sind nicht immer gleich zu erkennen. Artikel können mit Präpositionen verschmelzen, also mit Vorwörtern oder Verhältniswörtern wie von oder in. Erst beim Auseinandernehmen der sogenannten Artikelpräpositionen fällt auf, dass sich im Wort ein Artikel versteckt. Hier zum Beispiel. Vom Warten werde ich immer müde. Vom ist die Verschmelzung der Wörter von und dem. Vor der Kamera komme ich oft ins Schwitzen. Ins ist die Verschmelzung der Wörter in und das. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt die Präposition und den Artikel auseinander. Das macht es auf jeden Fall einfacher. Verben können auch durch Pronomen substantiviert werden. Pronomen sind Fürwörter wie dieses, jenes oder auch mein, sein und so weiter. Sie können vor einem Substantiv oder anstelle des Substantives stehen. Dieses Rauschen in meinen Ohren macht mich wahnsinnig. Das Verb Rauschen wird durch das Pronomen dieses substantiviert. Substantivierungen gibt es nicht nur bei Verben, sondern auch bei Adjektiven, den sogenannten Eigenschaftswörtern. Schauen wir uns hier auch mal ein Beispiel an. Der Garten ist schön. Schön ist ein Adjektiv. Adjektive werden immer klein geschrieben. Es sei denn, sie werden substantiviert. Und was für Verben gilt, das sollte auch für Adjektive gelten. Ist sonst nicht fair, den Adjektiven gegenüber. Steht vor dem Adjektiv ein Artikel, wird es zum Substantiv und somit großgeschrieben. Sag ich doch! Aber Achtung! Nur wenn sich der Artikel auf das Adjektiv bezieht. Hä? Ich zeige euch mal den Unterschied. Wenn ich sage, das schöne Haus hat einen Garten, bezieht sich der Artikel auf das Substantiv Haus. Schön ist hier ein Adjektiv und wird deshalb klein geschrieben. Wenn ich aber sage, das Schöne an dem Haus ist der Garten, bezieht sich der Artikel auf das Adjektiv. Es wird also substantiviert. Das Schöne schreiben wir groß. Es steht nicht immer ein Artikel dabei, wenn ein Adjektiv substantiviert wird. Es reicht, wenn Adjektive im Satz als Substantive gebraucht werden. Weißes und Graues lassen sich gut kombinieren. Adjektive können auch durch andere Wörter zu Substantiven umgeformt werden. Zum Beispiel durch unbestimmte Zahlwörter wie wenig oder viel. Über die Substantivierung habe ich viel Gutes gehört. Adjektive können wie Verben auch durch Pronomen zu Substantiven werden. Zum Beispiel durch das Pronomen Etwas. Heute habe ich etwas Wichtiges gelernt. Pronomen werden in der Regel klein geschrieben. Aber wie andere Wortarten können auch sie als Substantive gebraucht werden. Hier kommen Beispiele für die Substantivierung von Pronomen. Zum Thema Groß- und Kleinschreibung findet ihr noch weitere Videos auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich natürlich wie immer. Ihr wisst schon über Likes, Abos und Kommentare sowieso. Ich werde jetzt erstmal hier in Ruhe mein Buch lesen und ein bisschen Substantivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!